Es läuft ja ein wunderschönen guten Tag. Das ist Messe, live, live vor Ort hier aus Dortmund 2020 auf der Jagd und Rund. Neben mir steht jetzt der Hubert Bodechte, den kennt ja der ein oder andere Jäger da draußen auch. Hubert ist jetzt bei der Firma Noblex, former Dr. Side, oder vorher als Dr. Optics bekannt. Der zweite Tag hinterlässt langsam seine Spuren. Da werden schon wieder Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht, von welcher Präsidier jetzt kommt. Von uns. Achso, das ist eure. Aha, okay. Man sieht optisch immer wieder was Neues hier bei Noblex. Aber wenn wir schon beim Thema Optik sind, hier liegt was vor uns mit dem wohlklingenden Namen NW100. Was verstecken sich dahinter? Ja, mal zuerst mal vielen Dank, dass du uns wieder besucht hast. Das NW100 ist unser neues Wärmebildgerät. Und zwar ist es ein Dual-Use-Gerät. Das ist also sowohl für die Beobachtung, als auch dann für die Jagd einzusetzen ist, wo es denn dann die aktuelle gesetzliche Lage erlaubt. Wir müssen immer noch ein bisschen aufpassen, weil es werden immer noch Fotos gemacht. Deswegen immer noch ruhig nochmal in die Richtung Lächeln. Ich gebe mir größte Mühe dabei. Ich bin extra wegen dir. Komm mal wieder zurück zum Gerät. Für wen ist das was? Also natürlich für den klassischen Jäger, der der Schwarz-Wild-Problematik und der ASP-Prävention Herr werden will. Und zwar ist es immer ein Gerät, das wirklich für den Praktiker aus der Praxis kommt. Das Gerät ist von uns selbst entwickelt worden. Es wird bei uns in Eisfeld gebaut. Es ist made in Germany. Es werden ausschließlich europäische Komponenten verwendet. Und ja, wir sind jetzt natürlich nicht die Ersten, die auf den Markt kommen. Aber wir haben jetzt natürlich ganz viele praktische Erfahrungen in dieses Gerät reingesetzt. Du hast dieses Wort Dual Use benutzt. Was steckt denn dahinter? Und der Dual Use heißt, dass du mit dem Gerät ganz normal wild beobachten kannst und detektieren kannst. Und wie gesagt, wenn es erlaubt ist, gibt es mit dem Adapter, kannst du das als Vorsatzgerät vor das Zielfernrohr stecken. Ja, okay. Wichtig ist da hier die gesetzliche Lage dann zu beachten. Waffenrechtlich erwarten wir jetzt eigentlich stündlich, dass das Gesetz in Kraft tritt. Die jagdrechtliche Variante wird dann in den Bundesländern auch noch vorgegeben. Und das bitte von den Jägern immer zu beachten. Was mich natürlich als Kameramann nochmal interessiert, habe ich die Möglichkeit, Daten zu speichern? Fotos, Videos? Absolut. Das bietet das Gerät in der Klasse. Wir haben also 8 GB Speicher mit dabei. Diese 8 GB sind dann für Videos und für Fotos zu verwenden. Und wir werden dann über eine USB-Schnittstelle, können die dann auf einem heimischen PC runtergeladen werden. Ja, okay. Andere Frage, oder besser gesagt, du sagtest, es ist erst schon bei euch ist ja ein ganz großer Faktor Service. Du sagtest irgendwie, ihr habt so einen 48-Stunden-Service, was versteckt sich da hinterher? Warum macht ihr das so? So ist es, Matze. Also so, wir sind ja nicht die Ersten. Entschuldigung, da kommt der Nächste. Ohne Sorge, wir sind gerade mitten beim Filmen. Ja, aber lass gut sein. Ist okay. Nee, das ist alles live, das bleibt alles drin. Ja, nochmal gucken. Ja, Sie dürfen gucken. Sie dürfen das sogar mitnehmen und vielleicht ein Stückchen rüber gehen. Sonst muss ich Sie fragen, ob Sie ins Internet möchten. Gut, 48-Stunden-Service, das war unser Stichwort. Ja, wir brauchen natürlich als Wait in Germany, wollen wir natürlich noch ein paar mehr Features bieten. Und zwar eine gewisse Sicherheit für den Jäger. Wenn er sich ein Gerät in der Preisklasse kauft, möchte er sagen, Mensch, was ist denn... Preis, apropos Preis. Ja, wir sind beim empfohlenen VK von 4.500 Euro, sind es genau 4.495 Euro, unser empfohlenen VK-Preis. Und da will natürlich dann der Jäger oder der Kunde auch wissen, Mensch, wie könnte mir da helfen, wenn mal was ist. Es kann immer mal was passieren. Und wir bieten unseren Kunden an, weil wir eben in Deutschland sitzen, auch den Service nach wie vor in Deutschland machen, dass, wenn das Gerät bei uns einkommt, dass wir es innerhalb von 48 Stunden reparieren und dann wieder rausschicken, beziehungsweise, wenn es etwas länger dauert, die Reparatur, dass er von uns sogar ein Ersatzgerät bekommt. Ja, und ihr schickt ja aus der Mitte von Deutschland. Ja, so ist es. Thüringen, beziehungsweise Eisfeld nennt sich ja im Zentrum von Deutschland. Also von daher sind wir logistisch ganz gut aufgestellt, ja.